Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Destiny von Bungie. Schicksal. Wir spielen Schicksal. Wir müssen ein Ziel festlegen. Wir müssen ein Ziel festlegen. Ein Ziel. Wir haben Erde und Mond. Wir haben auf der Erde... Da waren wir schon? Waren wir schon? Wo warst du das? Untersuchende Berichte gemacht haben wir aber schon. Ich würde sagen, die ausgeblinkten haben wir. Level 4 Patrouille? Patrouille des Kosmodrom. Level 4 Patrouille. Normal. Untersuche den alten russischen Hafen und hilf der Stadt bei ihren Erkundungsbemühungen. Und die andere? Level 4. Beende die Herrschaft des Hauses der Teufel über das Kosmodrom und sichere eine entschreidende Verbindung zum goldenen Zapf. What the fuck? Geile Mission. Oder? Mond. Zum Mond. Ich hab Angst. Mach mal der Nasir. Level 6. Gute Idee. Ne machen wir jetzt nicht. Ich würde aber 2.000 EP bringen. Geh weg. Die andere bringen 1.800. Oder 1.300. Was stand da? Dreh Metall. Aha. Okay. EP Bonus plus 1.800. Nehmen wir den oberen. Der war auch schon vorhin da. Jawoll. Jawoll. Wir beenden nur ernsthaft der Teufel. Und lass mal warten, was jetzt kommt. Ne Zwischensequenz. Wir fliechen wieder. Fliechen. Grüßt mir die Sonne. Grüßt mir die Sterne. Und grüßt mir den Mond. Er fliegt noch nicht mal, ihr blöde Sack. Gib Gas, Alter. The fuck, ey. Ey, Schubrakete. Hier, Hebel. So. Ja, endlich. Meine Güte. Gast ist rechts. Die Vorwut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Ja, vor den finden heißt auch mal ankommen und nicht ewig da rumhängen. Wobei, äh, krasser, weil die anderen müssen ja noch mal anstehen. Ja. Ja, Idee sammeln halt dann nicht mal. Können wir gleich mal machen, wenn du das willst, aber fand ich jetzt auch nicht so spannend. Da rennt ein anderer gut rum. Der macht schon unsere Gegner. Die Frage ist, wenn er jetzt ein anderer Spieler ist, macht er unsere Gegner da kaputt? Macht er, ja. Damit könnten wir von unserem Schiff aus der Bodenfahrzeug rufen. Los. Oh, cool. Geil. Ich habe Angst. Na, Tracksack. Was ist denn in Ruhe? Ich kann mir fummeln. Was hältst du davon? Drücke Bums, um deine aktuelle Ausgabe zu sehen. Ja, habe ich ja vorher schon gemacht. Mann. Nee, habe ich nicht. Hast du gemacht. So. Wer folge ich jetzt? Den Grünen, oder was? Äh, du? Noch ganz weit hinter dir. Warum? Hast du dich wieder mit fremden Leuten vergnügt, oder was? Ganz genau. Der rennt dir übrigens auch hier hinterher. Ja, der mag mich. Weil ich bin so eine attraktive, gutaussehende Frau. Gib mir mal die Chance, zu mir zu kommen. Nö. Ey, Alter. Du hüpfst doch da schon, oder ist das der andere? Ich weiß nicht. Ist doch schon da. Der ist uns auf Level 30 gerade. Der spielt wohl das gleiche, was wir tun, was? Ist ja gezet. Äh, Level 10, Level 11, wo bin ich? Wo bist du? Hast du dich seinem Spiel angeschlossen? Na, ich bin wegen ihm hinterher gelaufen. Ist ja geil. Ich bin jetzt auf dem Bergkampf hier. Ich stehe da unten. Hast du mich gesehen? Ja. Über dir. So, hier waren irgendwo Dudes. Das ist ja immer, die Gegner scheinen immer an den gleichen Stellen zu stehen. Wie ist das denn schon, der Eingang? Der Eingang ist hier. Hallo. Na, 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 na. Du bist ja ein bisschen Gegner metzeln. Ja, okay. Na, 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 na. Das ist der Eingang. Guck mal. Nicht meinen Gegner töten darf man hier töten. Scheiß ansetzen. Komm. Scheiß ansetzen? Genau. Scheiß ansetzen. Diesen Halo. Wie heißt aber Halo eigentlich, das Ding? Was ist das? Der Archivale. Schlüssel Lagerdaten. Da schreien die Kettvektoren und wir sind verbunden. Was ist denn? Das war hier irgendwo. Okay. Wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. Sparrow? Abschießwand. Sparrow-Training. Drücke um NAV-Modus zu wechseln. Ja, gemacht. Ich sehe nichts. Und nun drücke X. Halten um Sparrow herbeizurufen. So sieht das. Ah, cool. Ähm. Nee, schießt. Das Ding kann nur fliegen. Kacke. Es gibt auch welche, die können bestimmt schießen. Aber die haben wir wieder nicht. Weil wir nichts gönnen. Upgraden müssen wir wahrscheinlich nicht. Äh, fahr mal da hinten hin. Turbo Boat. Ist doch irgendwie echt so alten Schlimmerräume, wo wir vorhin auch schon waren. Nee, ich glaube wir sind schon weiter, oder? Nee, da fahr mal ganz vorbei, ne? Nee, rechts, 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 rechts. Ach man, stimmt. Hallo. Falsch. Ja, ja, ja. Ich habe es dann auch gemerkt. Ich bin erschossen hier auf dich. Ich habe gesehen. Jo. Äh. Warte mal eben. Wie kriege ich den? Achso, ich steige dann ab und dann bleibt er da. Aha. Okay. Da war dann mal irgendwie ein Wasserfall. Ah, kann ich den Wasser da? Das glaube ich, das ist, äh... Oha. Was machst du da? Der Wasserfall, effektiv. Ja, ich wollte wissen, ob ich über das Wasser fliegen kann. Oder ob das, ähm... Ja, oder ist was... Hinter dem Wasserfall, genau. Aber auch mal eine gute Idee. Das war mal eine gute Idee eigentlich, ne? Nee, hier ist gar nichts. Vummel. Hinter dem Wasserfall ist nix. Der war ja schon. Oben auch nicht weiter? Erstmal weiß ich jetzt nicht. Das sieht aus wie eine Höhle. Kann ich das mal so sagen. Oder was ist das? Das ist echt schwer zu erkennen hier. Ja. Nee. Voll. Also... Da laufen Leute, Level 10... Also andere Spieler, das Level 10, sind mit unserem Spiel rum. Das dürfen die gar nicht. Das finde ich schon krass. Das ist eben nicht unser... Ach... Du hast mich abgedrängt. Ich fahr ganz normal gerade aus. Da ist ne Höhle. Ja, da ist ne Höhle, ja. Ja. Fährst du immer so? Yeah! Kann ich aber alle le... Hey, Kiste! Ich habe eine Baroness... Irgendwas. Ne schwere Waffe. Ne schwere Waffe? Jo. Ja, Baron habe ich auch. Ja, genau. Oha! Oha! Warum bist du dann extra? Wie? Hä? Gibst du dann gedrückt? Ah, gedrückt halten. Hat er einfach nachladen? Ja, ja. Besser ist, dass man noch das jetzt rum... Okay. Wie krieg ich das Ding hier wieder? Transporten. Näher an uns der Küste. Oh, ey! Die Gefallenen benutzen eine Art Signalverstärker. Die Mission zeigt aber hinter uns. Da drinnen jetzt. Hä? Wo ist jetzt die Mission? Was? Scanner. Verstärken. Gescannt. Was? Ja. Die zwei Punkte hier ist ne Leuchtung. Da sind aber Dudes auf dem Weg, wenn ich das so sagen darf. Darfst du nicht. Du weißt, wir sollten jetzt per Hand ausschalten? Ja. In der Region wird auch immer... Nur. Ey. Er haut nicht um. Volles Fun. Verled mich mal wieder. Schneller! Ich muss das sofort bei dir machen! Hüh! Noch schneller! Es muss wieder schneller gehen! Das sind kackdreck! Geh discovered hier voll aufergere. Hier ist auch ne Hölle deswegen. Er hat mir voll besorgt! Jetzt bist du rein, ne? Natürlich! W7 war das geil. Die ist ja ne vor der fixiert... ... Musik... Das ist aber wieder eine Hülle für... Nein, 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 nein. Ein Messer hat er gemacht. Willst du mich jetzt nicht wiederbeleben? Nein, ich komme da nicht rein. Natürlich kommst du da rein. Ich kann dich jetzt nicht so ahnen. Ey, hast du das gesehen? Hallo? Bist du ein Kumpel oder nicht? Nein. Ich merke das schon. Gut, das nächste Mal belebe ich die lange. Ah, das ist das lange. Was geht jetzt um diese Sche... Ey, der hat einmal gemessert. Dann war ich hinüber. Diese Hülle ist böse. Wiedereinstieg. Das ist ja echt Hammer. Okay, die sind echt oberlevelig. Ich gehe in diese Hülle nicht rein. Vergiss es. Ist der Typ wieder da? Da ist ja auch Fragezeichen über den Macker. Der hat doch nicht mal levelt, der Typ. Ja, das ist der Typ. Schieß doch nicht drauf. Reiz gehen nicht. So, hier ist die Mission. Kannst aber erstmal weitermachen da, ne? Ich bin wieder da. Schon klar, ne? Über uns. Ach so. Hier drauf. Hallo? Ja, über uns da. Ich treffe hier nichts. Kack, Knarre. Mal sehen. Ich dachte das du, ey. Geil. Ja, das ist ja geil. Jetzt habe ich geschnallt, was das mit der Aufladzeit zu tun hat. Diese komische lilla Waffe, die ich da gefunden habe. So, es dauert voll lange, bis die Baller... Und dann, pum, haut ihr selbstständig irgendwie raus. Kann ich noch nicht genau einschätzen. Ich schätze mal eine Sekunde aufladen beim Ballern. Okay. Aber dann macht sie Schaden. Erstmal gespürt. Gleich gedrückt. Jetzt! Tja. Ein Hüter ist gefallen. Schadet es mich eigentlich von mir ich irgendwas dabei, wenn ich draufgehe? Ja. So, Geschenke für euch. Find ich gut, Sonne? Ja, ruhig. Okay, schön mal. Ey, ich mach da keine Schrottgang mehr, das ist doch total erscheuert hier. Und ich komm da nicht drauf, ich fasse es nicht. Jetzt ne Treppe. Ja, ich wollte fliegen, aber der schafft nix dieser Sprung, der schafft rohr nix. Ach, hier ist der Slimbergingsbums. Das ist russisch. Gib mir eine Sekunde. Alter, ey. Das Signal ist gestört. Kein Gefallen. Checken wir das andere. Ich hör so'n Radiosender hier rumdügeln. Wo ist das? Da hinten. Es ist da hinten. Hörst du das auch? Mhm. Hier ist der Höhle. Wo bist du? Ich seh dich leider gerade nicht. Wo bist du? Mit Kiste. Wo bist du? Nochmal, da bist du. Okay, danke. Ich trage, wo bist du, wo bist du? Ja, da könnte ich sagen. Ja, da küsst du. Da schiebt sie heute. Ja, ja, da ist auf einmal. Ja, alle wieder wiesbauen. Alle wiesbauen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Willst du jetzt gegen die Leute kämpfen oder willst du? Ich wollte eben sogar mal Küsse. Aber ich wollte die Leute, die mir den Rücken geschossen haben, eben davon abhalten, beide auf mich zu dollern. Alle sind verboten, alle wieder da. Das ist ein absolutes Munitionsgrabe. Ich verstehe mich gerade hinter den Stein, weil meine Energie total im Boden ist. Wollen wir zum nächsten ziehen oder den Platz machen? Ich halte das jetzt mal ein bisschen drauf hin und das ist gut. Oh, 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 oh. Ganz ganz. Kleiner Drecksack, oder? Na ja, kleine Sonder. Die haben irgendwelche Lenkgranaten, die direkt immer hinterher fliegen. Das ist so. Scheiß Respawn, ey. Du wirst jetzt wissen, oder? Oh, Mun, ich muss da hin, aber ich will sogar nicht. Dadurch, dass ich die Jungs auf die Jungs... Oh, die Jungs jetzt... Ey! Ta! Ich hatte doch einen von denen, da kannst du nicht erstmal wiederbeleben, bevor du da... Nein. Ich war auch kurz davor, ey. Ey. So, vergiss es. Guck mal, dass wir da weiterlaufen. Was für diese Kisten hier eigentlich hier? Was machen die? Munen. Tür stützt andere Waffen. Ach ja, übrigens, weil ich ja auch mal kippen darf. Ich laufe jetzt weiter. Ja, by the way. Richtig. Stimmt. Müsst man ja auch dran denken, ne? Oh Gott, es gibt ja mehrere Wege. Ja, links ist ja okay. Du kannst auch schnell, da hast du recht. Ich laufe hinterher. Oh, okay. Ich habe einen Gegner gefunden, wenn ich das mal gesagt habe. Nee, das war sogar zack. Ich habe Gegner gefunden, der haut mich wieder so rum. Ja, das ist klar. Ein Hüfe ist gefallen. Kann ich dir vielleicht weiterhelfen? Also umfahren kann man die Dudes nicht. Ein Freund, ein guter Freund. Hey, ihr habt ein Schiff mitbekommen. Ja. Fürs Wiederbeleben. Wahrscheinlich zu oft wiederbeleben. Fürs oft zu wiederbeleben. Juiiii. So, ich laufe weiter. Das ist immer noch über uns hier, ne? Hm. Dieser Sprung ist voll für den Arsch, ey. Also es will keinen Gleiten. Kann ich das abwählen? Abwählen. Wir haben ja natürlich den falschen Weg genommen, richtig? Hm. Wir werden da oben ja auf den Berg hoch und dann über diese Rampe da rüber laufen müssen. Ah. Hier sind wir richtig. Wenn du Gegner siehst, dann sind wir richtig. Ja, ich sehe Gegner. Ja, wir sind richtig. So, letztendlich ist also Berg hoch hier. Hallo, kleiner Freund. Der wollte mich zweifach... Ey. Hier ist noch eine Höhle. Ja. Hinter dir. Eine Kiste. Die Höhlen sehen alle gleich aus. Kann das sein? Ja. Manchmal steht eine Kiste da, manchmal nicht. Aber sie ist wirklich identisch. Identisch. Ähm. Wir müssen führen hier. Ey. Der Typ hat mir das fast besorgt, ey. Ja, ich habe einen Dicken gerade weg. Aber dann noch mehr Dicke. Verdammt, ey. Na, wo ist er denn? Hast du ihn weg? Nein. Jetzt wird Blumen wieder gefunden. Not ab. Jawoll. Alter Schwede. So, wo ist das Ding? Ach, hier stehen wir gleich hervor, hier. Ist halt cool. Geist einsetzen. Setz doch mal deinen Geist an. Ja, setz doch mal da ein. Einmal du Geist, Alter. Ich hoffe, wir müssen hier nichts verteidigen, ey. Vielleicht wird etwas in der Himmelswacht verbunden. Und wie sehen wir uns das an? Himmelswacht? Himmelswacht. Wie geht's denn unten? Mach das ruhig. Tschüss. Ich will dein belieblich nicht, by the way. Feichling. So, wir müssen hier irgendwo anders hin, ne? Ich will einmal eben gucken, was hier unten ist, ne? Ja, ja. Ja, falls dann du das hau ich ab. Ich schwöre. Ich schwöre. Wenn du drauf gehst, kommt mir das nicht. Ey, ich schwöre. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, ey. Ganz wo anders hin, ne? Ey, es geht hier ziemlich tief runter, wenn ich das mal so sagen darf. Spring runter. Los. Geh drauf. Da ist er. Na? Na? Fragezeichen. Ja, ist klar. Das Spiel ist so mies. Was ist das? Meine Lampe? Ich kann ja schon wieder das Ding aufsammeln. Du wirst auch gleich wieder alle Gegner da haben. Ja. Komm mal lieber wieder zurück. Welche Dinger kannst du wieder aufsammeln? Komm erst mal zu mir, dann weißt du es. Äh, ja. Ja. Steht hier eine Pflanze für dich? Ja. Für mich steht hier keine. Ja. Schock. So, wir müssen irgendwie wieder zurück. Und ich glaube, wir sollten unser Auto dafür nehmen. Also Auto. Hallo. Hui. Wir sind alle wieder weg. Ja, ja. Ist klar. Oh, hier sind Leute mit Reitern, die schießen können. Die fahren hinter einem her. Ja, ist mir egal. Ich hau ja ab hier. Ist dir egal? Ja. 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 Ja, sowas. Okay. Dann nicht. Der ist nicht vorhin. Der ist ein Spieler. Ach so. Oh. Jetzt hat es Spaß mit. Ich schau mal, was er da macht. Zoller ab. Drecksack. Ähm. Nicht aller glücklich. Sehr geil. Wo bist du eigentlich? Was sagst du gerade? Oh, ich habe eine Kiste. Sorry, Kiste. Ich habe mich verfahren. Geil. Kann ich eigentlich unendlich fallen? Sag mal. Geil. Oh. Ach da. Wie Sau. Und wohin? Ist hier noch höher? Moment auch. Transport-Dingel-Widerrufe hier. Hast du noch was gefunden oder was? Ja, aber ich versuche gerade noch ein Stück höher zu kommen. Kannst du hochjumpen oder was? Das ist der Jump-Meister. Kommst nicht hoch, ne? Ja, war klar. Kommst wieder nicht hoch. Kriegst ihn wieder nicht hoch, was? Aber warum kann ich hier überhaupt so? Wenn hier nichts mehr ist, warum bietet mir das Spiel die Möglichkeit, das überhaupt so zu machen ist? Da komme ich dann auch auf. Level-Design.de. Bei Wungie mache ich mir gar keine Gedanken. Da sind manchmal auch Leute dabei. Oh, cool. Ich bin oben. Ja. Geil. Okay. Kannst also da lang. Okay, okay, okay. Krasser Scheiß. Aber die Kiste war ziemlich gut da. Ja, dann ging es vorbei. Aber das ist auch Level Ende. Wenn man sagt, dann meckert er einfach. Ja, ja, genau. Geh zurück, du Böse, sagst du. Ja, okay. Weißt du was? Kommen wir auf seine Gefährt. Kommen wir zu mir. Stehen bleiben. Los! Wissen kann ich auch noch nicht. Aber ja. Ich hätte sonst auf dich geschossen. War klar! So, böse die Gegner haben wir gesehen. Vielleicht noch mehr nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, alle Fragen hier. Abosia! Tschö!